Raffiniert versteckt – Drängende Osteiersuche im Garten Am Ostersonntag wird Henrys Überraschung für seine Frau Marleen zu einer wahrlich dringenden Eiersuche. Bereits zu Beginn gelingt es ihr nur unter größter Anstrengung, die Kontrolle über ihre immer heftiger drängende Blase zu behalten. Und schon bald steht sie verzweifelt mitten im Garten kurz vor dem Aufgeben. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr